So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram, es ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wir wollen euch die C-Day aus Beute von Tag 1 vom XXL Super C-Day 2023 zeigen. Es ist 15.59 Uhr bei mir, ich bin jetzt zu Hause. Normalerweise müssen die Spawns, die hier gerade sind, gleich wechseln und was anderes da sitzen. Denn die letzten 10 Minuten der vollen Stunde im C-Day jetzt sind ja immer diese besonderen C-Day Pokémon gespawnt. Also die vom C-Day Classic und normal die normalen. Das heißt hier Lavitar, Glumanda, Shigi, das war C-Day Classic. Äh, Voltilam war C-Day Classic. Ich drücke jetzt trotzdem mal, nein, das Lavitar und es ist weg. Warum? Weil es jetzt 16 Uhr ist und die Dinger sind weggespawned. Ich möchte euch wieder unseren Ablauf heute erklären, wie das war. Ich war mit Pupsi wieder im Englischen Garten, wir haben da wieder von 14 bis 15 Uhr eine Stunde gezockt. Ich habe meine Level-Ups gemacht, wir haben wieder gespielt. Wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt die meisten Shinies in einer Stunde und wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr? Ich kann es euch direkt vorweg sagen, Pupsi hat gewonnen. Pupsi hat komplett drei Punkte gemacht. Adi Schatz, ich hab dich lieb. Ne, ich liebe dich über alles. Da muss man ja aufpassen, was man sagt. Ich liebe dich, aber bitte nicht jetzt hier. Wir sind losgerannt. Ich musste meinen Gottscha verbinden. Am Anfang, ich hab gefühlt wieder eine halbe Stunde gebraucht, dass das Gottscha selber die Stops gedreht hat und die Pokémon gefangen hat, während ich mit den Level-Ups beschäftigt war, weil schon wieder so viele Level-Ups da waren, die auf Überfreunde Stufe 3 gegangen sind. Ich hab diesmal nicht zusammengezählt, wie viele EP das waren. Es ging auf jeden Fall fett. Bis 14 bis 14.20 Uhr haben die anderen geöffnet. 14.20 Uhr bis 14.30 Uhr hab ich dann geöffnet, genau die 10 Minuten und hab die restlichen Level-Ups dann eben für mich noch mitgenommen. Das war wieder ein EP-Regen. Das war wieder brutal. Dann hab ich in meinen Beutel reingeguckt und hab zu Pupsi gesagt, guck mal, ich hab schon drei Shinies. Und sie hat gesagt, hey, das gilt nicht, die hast du ja jetzt nicht selber gefangen, die hat man ja gar nicht gesehen. Und das ist okay so, deswegen, die drei zähle ich jetzt gar nicht mit dann in der Rechnung. Und so bleibt für mich dabei, dass Sandra als allererstes, glaube ich, ein Fünx hatte. Und das kurz nach Start und dann danach hab ich in den Beutel geguckt und gesehen, ich hab schon drei Fleckmon gehabt. Och, Adi, wieso jetzt? Das ist mein Gehirn, das ist so laut, der Beutel, mach's doch nicht. Aber sie hat gesagt, nee, komm, ist fertig, zack. Ich werde jetzt hier kurz mal das, was hier sitzt, noch versuchen zu fangen. Dann zeige ich euch mal, wie viel Shiny sich nun insgesamt hatte. Wir gucken, ob ein Hunderter dabei war. Ich check mal ab, ob es XL oder XL gibt. Also XL oder XXL oder was besonders Kleines. Dann hatte ich noch mal Lur mit einem Showcase. Das kann ich euch aber auch gleich erzählen. Ich glaube, es war gar nicht der Adi. Adi, es tut mir leid, ich sag nix mehr. Der Adi sitzt in einem Weihnachtsbaum. Es war Molly. Molly hat mir der Tüte rumgemacht. Adi hat zugeguckt vom Weihnachtsbaum aus aus sicherer Entfernung, dass da nichts passiert. So, jetzt ist das Zeug weggefangen. Eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt auf die Pokémon. Wir sehen hier einen ganzen Haufen Pokémon, die quer durcheinander gefangen wurden. Und ich muss euch sagen, ich fand den CD halt jetzt nicht so berauschend. Mir war das Gefühl auch einfach zu viel. Ich find's schön, wenn ein Pokémon im Rampenlicht steht, man gezielt das fängt und entscheiden kann, braucht man das, braucht man das nicht, wie viel hat man, dann schickt man einfach alles weg. Jetzt ist das so alles durcheinander hier. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn fangen. Und das, was cool war, hast du kaum gesehen. Und hast schon wieder vergessen, dass das überhaupt existiert. Und morgen das Ganze nochmal, aber doch wieder mit anderen. Also ist schön, um was nachzuholen. Aber so richtig nachholen ist irgendwie trotzdem schwer, wenn alles so extrem durcheinander geht. Es ist jetzt auch nicht so extrem viel. Es war, wie gesagt, eine Stunde, dass wir hier gefangen haben, gelaufen sind. Ich kann immer kurz vier Sternchen eingeben. Wem ist denn hier 100% dabei gewesen? Da ist nichts dabei von heute. Wie sieht's aus mit den Shinies? Shinies von heute dabei. Dieses Flegmon wurde geklickert. Ist mit dem Pokéball gefangen, deswegen. Flegmon, Shiny. Flegmon, Shiny. Flegmon, Shiny. Das sind die drei Stück, die das Gottscha selbstständig gefangen hat. Dann, halb, habe ich das Gottscha ausgemacht. War auch mit den Special Quests fertig. Also mit der Spezialforschung und dem ganzen Zeug. Da sagt man auch gleich noch was dazu. Habe dann dieses Teddyursa Shiny angeklickt bekommen im Stream. Den Stream kann man auch eine Stunde, kann man sich nachgucken, nachträglich auf YouTube. Das fand ich cool. Das ist toll, weil ich finde, dieses Grün, was der hat, fand ich schön. Und weil Pupsi mit mir zusammen gespielt hat und ich den bei ihr bekommen habe, das erste, was ich angeklickt habe, habe ich den jetzt eben auch Pupsi genannt. Den haben wir also mitgenommen. Da gab es ein weiteres Flegmon. Dann gab es nochmal ein FM. Dann gab es ein Toggetik. Dann war es schon 15 Uhr. Thomas war gerade im Stream. Ich habe zu ihm auch gesagt, boah, so ein Flegmon mit so einem Senfkopf. Das wäre auch cool. Das hat der Habanero-Account noch nicht, weil das sieht ja richtig toll aus. Nicht goldbraun, sondern goldgelb. Wirklich, wenn man das fängt. Es war zwar schon 15 Uhr durch. Wir mussten noch zum Auto laufen, auf dem Weg zum Auto. Ist dann trotzdem noch das Flegmon gekommen. Das hat mich gefreut, weil das finde ich auch sehr cool. Vor allem der Hintergrund und das Flegmon an sich. Das wiederum finde ich nicht so cool. Ich glaube, die muss ich alle verschicken und das muss ich aufheben. Und das waren meine Shinies. Das heißt, es sind insgesamt neun Shinies gewesen. Ich habe aber nur sieben in der einen Stunde bekommen. Eins auf dem Weg zum Auto. Und das muss auch wieder geklickert sein. Nee, ist immer noch mit Hyperball gefangen. Sandra hatte insgesamt jetzt weniger als ich. Aber da ich die ersten drei nicht dazuzählen darf, hat sie doch mehr. Sie hat das erste Shiny bekommen. Sie hat das letzte Shiny bekommen. Sie hat die meisten Shinies bekommen. Das hat auf jeden Fall gepasst. Ich will ganz kurz mal hier nach XXS gucken. Da haben wir ein Schiggy heute gefangen. Ein richtig kleines XXS. Wenn wir nur XS eingeben, da ist einiges von heute dabei. Und zwar dieses Flegmon mit XS. Dann dieses Quiekel, was trotzdem sehr fett aussieht. Dieses Froxy, dieses Toggetik und dieses Flegmon. Wir brauchen ja aber immer XXL. Wenn wir nur XL eingeben, haben wir heute hier Igamaro, Mabula, Toggetik, Froxy, Igamaro. Wenn wir XXL eingeben, haben wir immer noch dieses Igamaro bekommen als das größte Pokémon. Leider habe ich kein Igamaro Showcase gefunden. Deswegen kann ich das nicht benutzen. Was war? Ich habe gesehen, bei einem Toggetik, was wir gefangen haben, stand ja dann im Fangbildschirm, nach dem Fang im Beutel dort, Tippe für Showcase in der Nähe. Und ich dachte, wenn du da drauf drückst, zeigt dir das an, wo ein Showcase in der Nähe ist. Aber als ich drauf gedrückt habe, hat er es direkt in irgendeinen gesetzt, der in der Nähe war. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Ich habe auch heute das erste Mal dann gesehen, dass wenn man in dieser Nearby-Liste ist, hier unten sowieso Showcases angezeigt werden, die in der Nähe sind. Ich gucke doch nie in die Nearby-Liste. Ich bin eigentlich immer nur hier bei den Raids und gucke nie in die Nearby-Liste. Habe gar nicht gesehen, dass Showcases hier unten angezeigt werden. Ich dachte, man muss trotzdem da hinlaufen, muss den vor Ort reinsetzen. Ich wusste nicht, dass wenn du in der Nähe bist, der automatisch den da reinsetzt. Jetzt hatte ich meinen Toggetik irgendwo drin, wo ich es gar nicht drin haben wollte, wo auch schon so viel los war. Ich habe nämlich immer meine drei Spots, wo ich die setze. Ich konnte es aber retten. Denn ich habe mir einen anderen Showcase gesucht, der war mit fünf, das habe ich abgesetzt. Den zweiten, den ich gefunden habe, der war dann mit Toggetik, das war gut. Da habe ich einfach irgendeinen Toggetik reingesetzt, habe dann das größte Toggetik nochmal ausgewählt und ersetzt, sodass es aus dem anderen Showcase rausgegangen ist, ist in den Showcase, den ich danach erst genommen habe, so war der in dem ersten aus Versehen gesetzten nicht mehr drin. Und ich hatte dann nur zwei Showcases und wieder einen dritten frei, den ich dann gefunden habe mit FM. Und das sind die drei Dinger. Ich habe zwar vorher mal geguckt, ich war erst auf Platz 6, ich konnte nochmal Toggetik auswechseln von 600 auf 800 Punkte, war dann immer noch nur auf Platz 2, das hat mir nicht gereicht. Ich brauche Platin-Medaillen, ich brauche Stops, wo keiner weiter ist, sozusagen. Und da habe ich jetzt alle drei gesetzt, bin jetzt da und denke mal, ja, das wird vielleicht funktionieren. Ich weiß nicht, ist das bis heute Abend 20 Uhr oder so? Ich hoffe es mal. Morgen ist es ja auch wieder anders. Das wird auf jeden Fall fett. Was mich ein bisschen noch gestört hat jetzt, heute war auch Raid-Boss-Wechsel auf Kyurem. Ich wollte Community-Raid machen mit Kyurem. Ich habe zu Sandra noch gesagt, können wir ja, wenn wir dann zurückfahren und unterwegs ist im Fünfer, machen wir den halt noch schnell mit. Es sind ja überall nur Einer-Rades. Weil die vergangenen Pokémon, C-Day-Sachen, Dinger, sind in Einer-Rades gepackt. Das heißt, du wirst keine Fünfer haben. Entweder hast du erst wieder Fünfer ab 17 Uhr und die Rades sind von 14 bis 17 Uhr oder die sind sogar bis 19 Uhr oder bis noch später. Das heißt, es wird schlecht heute mit Community-Raid. Morgen ist ja dann derselbe Spaß wegen Community-Raid. Ich werde den Community-Raid mit Kyurem, wohl also erst am Montag, dann machen können. Finde ich schade. Geht leider jetzt nicht anders. Aber dieser Super XXL heftige Mega-Ultra-C-Day ist ja trotzdem nur einmal. Was? Wir kommen jetzt noch zu den Spezialforschungen. Da muss ich nämlich auch noch was sagen. Mir wurde ja wieder ein Ticket geschenkt für 1 Euro. Und ich glaube, das Ticket für 1 Euro müsste ja die Spezialforschung sein, die hier ganz rechts stand, wieder 4 Seiten hatte. Da gab es diesmal eine Top-Sofort-TM drin und eine Top-Lade-TM. Wer sich das nicht geholt hat, für 1 Euro, diese Top-Lade-TM, plus alle Begegnungen und Sachen und hin und her, das ist absolutes Highlight. Wir können hier noch ein paar Feldforschungsaufgaben kurz abholen, die hier noch fertig waren, die ich noch nicht abgeholt habe. Also da werfen wir auch mal schnell was drauf. Kann ja sein, da ist jetzt noch ein Shiny drin oder irgendwas anderes. Und dann habe ich noch links eine befristete Forschung, genau, mit 6 Seiten, die wir hatten. Im Heute-Tab, ich hoffe, ihr habt das wirklich mitgekriegt, dass Spezial rechts was stand und links im Heute-Tab was stand. Hier war eine befristete Forschung drin, die eben bis morgen noch anhält auch, wo ihr 2 Tage Zeit habt, das zu machen. Das waren 6 Seiten, 6 Kapitel. Immer wieder was pushen, immer wieder was verschicken, immer wieder was fangen. Da gab es auch Staub, es gab Bonbons, es gab EP, es gab coole Begegnungen. Ich habe das letzte jetzt noch nicht abgeholt. Ich möchte das jetzt auch hier abholen. Hier ist noch ein Praktibalk drin. Vielleicht ist unter denen ja jetzt sogar noch ein Hunderter dabei. Vielleicht ist hier sogar noch ein Shiny mit drin, irgendwas. Ich finde das so cool. Denn diese Forschung müsste ja eigentlich kostenlos für alle verfügbar sein. Und die andere mit Ticket, die 1 Euro, ist halt einfach mega krass gewesen. Und für diejenigen, die immer sagen, sie haben keine Entwicklungsitems, sie aber hier Galafleckmon noch haben und das entwickeln müssen oder so, selbst an die Leute hat eine Yendi gedacht, denn unter der war noch eine als Entwicklungsspektakel, wo du kurz was gemacht hast und konntest dann hier die Kingsteine zwei Stück abholen plus ein Magnetmodul, um Mabula zu entwickeln. Also die haben dir einfach alles reingepackt, was du brauchst. Du musst selber an gar nichts mehr denken und das finde ich cool, dass gerade wenn zum C-Day irgendwelche Cino-Pokémon da sind, zum C-Day irgendwelche Cino-Pokémon da sind, dass die dir einfach Cino-Steine auch noch hinterher werfen und du das einfach machen kannst. Wir bewerten jetzt dann mal ganz kurz das, was wir jetzt zuletzt hier gefangen haben, weil da waren ja welche auch aus den Quests dabei. D-Prakti-Balk auch nix, also leider kein 100er, aber wenn, dann hätte ich die wahrscheinlich eh weggeschmissen. Und ja, bei den Shinies muss ich mal aussortieren, muss mal gucken, ob ich heute noch ein bisschen tauschen kann, 100 Stück hin und her für die Platin-Medaille mit den 2500 Trades. Morgen nochmal das Ganze wieder von 14 bis 15 Uhr, eine Stunde Spaziergehen-Challenge, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte, wer kriegt die meisten. Hat eigentlich Spaß gemacht, irgendwo, aber die halbe Stunde lang hat wirklich nur das Gottscha was gemacht, da ich mit Levelaufstiegen beschäftigt war. Morgen gibt es, glaube ich, so gut wie keinen Levelaufstieg. Das heißt, ich kann morgen eine Stunde lang wirklich per Hand spielen und fangen und dann werde ich mir den Sieg holen, Pupsi. So lasse ich dich nicht davon kommen. Wie war eure Ausbeute heute am ersten Tag? Schreibt es mal rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.